Okay, es geht weiter zum zweiten Mal. Beim ersten Mal wurde ich gestört und habe ich die Aufnahme gelöscht, weil es mich genervt hat und es geht weiter. Lunch, es geht dir gut. Und ich habe Essen jetzt neben mir. Hm? Ah, lecker Essen. Lunch, wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Oh, das Essen riecht so gut. Hey, Tenshinan, was für ein erfreulicher Anblick. Oh, der Dampf. Mit solchen Ärger auf der Suche nach den Hiziente habe ich mich verirrt. Ganz zu schweige von der Kälte, ich kann gar nicht aufhören zu niesen. Niesen? Ja, aber ich konnte den Schlüssel zum Tor hier finden. Gut, aber von dir aus sieht es gefällig aus. Du solltest zum Jingle-Dorf zurückkehren. Boah, Moment, ich bin nicht umsonst weit gekommen, okay? Wandel mich nicht so, als würde ich im Weg stehen. Sonst passiert was. Niemand sagt, dass du im Weg warst. Äh, wir machen uns nur Sorgen um dich, das ist alles. Sorgen um mich? Dann stellt euch nicht so blöd an und nehmt mich einfach... Ha-ha-Hatschi! Ich mache mein Essen gerade kalt. Hm, was tue ich hier? Alle auf die Keks gehen. Alle sind hier, was ist los? Nichts, nicht? Oh nichts, du bist alleine losgezogen und wir haben uns Sorgen gemacht, also... Wo bin ich das? Es ist so kalt, ich werde zum Dorf zurückkehren. Ja, ich denke, das ist am besten. Passt alle auf, dass ihr euch nicht erkältet. Ha-ha-hat... Oh nein! Hatschi! Na los, Leute, Bewegung. Es wird Zeit, die Hiziente zu finden. Okay. Okay. Wir müssen... Wir wissen alle, wo wir hingehen müssen. Dreifachstrahl und Angriff. Wer prügelt ihn? Oh, scheiße. Hä? Hat der gerade ein Magazin darauf beschworen, oder was war das? Hä? Hat der sich jetzt selbst gehalten, da Juan? Hm, denkst du wohl, das ist Rocky Balboa, oder was? Weg mit dir, Bastard. Okay. Jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir den Weg schnell runter. Machen den Weg hier frei. Jetzt hoch mit uns. Merf, ach, und dann so. Stirb! 314, hey! Scheiße, bin vergiftet. 1 auf Sniper machen, geht klar. Ähm, so, so. Karotte. Ich hoffe, das Gift... Ach, scheiße, das Gift ist noch da. Ja, das brauche ich hier. Okay, hoch. Boah, meine Geschwister, die regen mich immer auf, die kleinen... Kann nacken Kinder, wartet nur ab. Ja, kommt mal in diesen Zimmer, werdet ihr schon sehen, was passiert. Er wird mich verarschen. Er wird mich jetzt komplett ver... Warum gibt's dann diesen Weg? Dreifachstrahl und kann mehr mehr. Dann ist er tot. Was hast du alles in deinem Koffer drin, du kleiner Spion? Stirb! Scheiße, Tensionan ist gleich tot. Das ist nicht gut. Items mit einer Bohne. Und die Tür öffnen. Richtig. Benutzt. Boah, ich hasse dich. Ja, kann man mehr. 200 Schaden. Okay, jetzt tot. Er greift mich nicht an, das ist gut. Ja, komm, jetzt... Ist klar, Digga, ist klar. Du hast ja sowas Großes in deinem Koffer, ist klar. Ist ja nicht so verdächtig. Nein, ist nicht. Ach, scheiße, habe ich Fehler gemacht. Rengeki. Verprügelt ihn, komm. Gut so. Okay, der hat sich nicht geheilt. Jetzt einfach doppelt angreifen, dann geht's. Ja, gut so. Okay, ich gehe erst mal den Weg, um diese Truhe zu holen. Truhe, Truhe. Oh, das Schlimmste, was passieren kann. Sehen wir mal, ob ich die jetzt schaffe. Okay, der ist jetzt schon tot. Jee, hö. Okay, der oberen ist tot. Ich glaube, ich werde langsam krank. Ich habe so einen Kratzen im Hals. Oh. Fenix-Felder. Wiederbeleben. Gut so. Aber wir kriegen wir aber ordentliche Erfahrungspunkte. Einkehren knöcheln. Ah, hier. Klingt eigentlich verlockend. Aber sehen wir mal. Oh. Ach, komm. Kann mir mehr haben. Leckernudeln. Leckernudeln für mich. Ah, das riecht so lecker. Gut so. Komm mit das schwulen Magazin an. Jetzt andere Randgriff. Und tot, tot, komm. Das ist gut. Okay. Was mache ich da? Warum gehe ich nach rechts? Verdammte Scheiße. Oh. Ich weiß, Leute. Ich kann einfach weggehen. Aber das Trainieren schadet ja nicht. Komm, töt ihn jetzt. Jetzt andere Randgriff. stirbt verdammte Scheiße noch mal. Jetzt mich verarschen. Scheiße. Das, du, das. Und weg. Ey, der muss jetzt sterben. Ja, danke, Mann. Okay. Gehst du, hol ich mir. Ein Hinterhalt von dem Wichser. Gut so. Angriff und... Rein Geki. Bitte nicht. Keiner ist gekommen. Komm, stirb jetzt. Es kommt keiner. Keiner. Ah, scheiße. Ich kann kein Kombo starten. Ah, scheiße. Komm, den Kampf überleben. Schaff nicht auch so. Komm, den Kampf schaffen die auch so. Ja, der hat schon genug gelitten. Siehst du was nicht? Ey, komm schon, Mann. Ach, scheiße. Endlich. Ich will jetzt mich verarschen. Noch zwei Stück. Verteidigungswasser. Heilen. Ja. Aber erst mal die Truhe hier holen. Okay, ich dachte, das ist die Blume. Mehr vor dem Angriff und... Kam ja mehr. Mir schmecken die Nudeln. Sehen wir mal. Boah, lecker. Boah, 330. Ähm... Drei-Fach-Strahl und... Renkeki. Hm, lecker, lecker. Hm, so und so. So, so, so. Werke Karotte. Absorber-A-Band. Also, absorbiert der Nki oder was absorbiert er? Ah, absorbiert abfallend einen gelandeten Schaden und füllt TP etwas auf. Hm, klingt eigentlich gut. Mal sehen wir mal. Jetzt speichern wir. Wie viele Level sind hier gestiegen? Hm, drei und drei. Geht ja. Da ist die Blume, aber die ist bestimmt nicht so leicht zu bekommen. Da ist sie. Wir haben sie gefunden. Das sollte dem Kind helfen, genutzt zu werden. Puh, ich musste kurz Pause machen. Also, wieso gehst du ganz alleine an einen Ort wie diesen? Aber man hat es nicht gemacht, hoffe ich mal. Hä, weiß nicht. Es ist nur so, dass es dem Kind sehr schlecht geht. Ich hatte keine Wahl. Ja, einer musste gehen, richtig? Das stimmt schon. Verstehe, ich verstehe das. Aber du hättest es mir überlassen können. Ach, ihre weibliche oder ihre mütterliche Seite wollte es einfach. Ich wollte nur... Tja, ich dachte nur, ich könnte dir behilflich sein. Ihre weibliche Seite spielt man wieder verrückt. Ha, ha, ha. Ach, Spaghetti. Hm, ah. Was ist los, Schau-Zuh? Wer kommt denn jetzt? Hey, schnell, da kommt was. Hä? Der Boss von den Gegnern, oder was? Der ist totes. Oder der ist direkt totes. 270, mehr vom Angriff. Er will's mich verarschen. Okay. Er will's mich verarschen. Er darf jetzt auch nicht eingefroren sein. Ja, er ist schon eingefroren. Das Bild... Das hilft nicht mehr. Ähm... Drei-Fach-Strahl... Kamer-Mihar. Ah, Scheiße. Er hätte ihn lieber heilen sollen. Komm. Wieder belegt. Er wird mich verarschen, Mann. Das drückt du das. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020